Lass die Scheiße, Ralph. Ich kann die Firma nicht allein mit Papa leiden. Du wirst das doch perfekt machen. Das Kapuziner-Seminar ist ein Ort, der keinem anderen gleicht. Sie haben ihm diesen Geist gegeben. Und dann? Es werden in diesem Jahr nur vier sein. Nächstes Jahr vielleicht noch weniger. Der Drogenhandel, der Mord an den Russen. Hast du meine Akte an die Kapuziner geschickt? Die Kapuziner sind die Elite, nichts für dich. Der würdiger Vater. Was wissen Sie von diesem Ort? Von den Problemen, den Gefahren, gegen die wir kämpfen? Ihr Boss unterschlägt Geld, seit er die Leitung des Seminars übernommen hat. Nein, das ist unmöglich. Nicht er. Ein MRT? Ja, von Ihrem Gehirn. Soll das heißen? Da waren Drogen drin? Was hast du in sein Glas getan? Ich fühle mich leichter. Und das habe ich ein wenig dir zu verdanken. Danke für das alles. Der Räumungsbefehl. Sie sind heute Morgen vorbeigekommen und die Bulldozer kommen Mittwoch. Im Vermögen der Chansonengesellschaften gibt es viele Mietshäuser. Hier gibt es wenigstens Platz für alle. Du hattest recht wegen Papa. Ich hätte lieber auf dich hören sollen. Das ist ein bisschen spät, um das zu merken, ja?